so mein leute willkommen zu diesem neuen video in der formel 2 auch die formel 2 ist aus dem sommerurlaub zurück und die tippen wir jetzt saison 2022 neben der formel 1 und formel 3 fährt die formel 2 auch in belgien in spa francochamp oder schimp und das sind die predictions zum qualifieren für's über los geht's heute um 18.30 Uhr live auf sky sport f1 wer startet von der pole für's übermorgige hauptrennen feature always let's go von der pole startet ayumu iwaza herzlichen glückwunsch dahinter clement novolak vor denis hauger und vierter wird liam lawson der erste so das war der neuseeländer so meine ich das so das war's von der formel 2 aus belgien in spa francochamp mit den qualifieren predictions saison 2022 so wenn euch das video gefallen hat dann lasst ein däumchen nach oben da vergisst kein abo dann nehme ich die glocke die nicht vergessen zu aktivieren dann verpasst ihr keine benachrichtigung auf diesem channel und good ways ciao